Hallo, darf ich Sie heute begrüßen in der Pluspunkt-Apotheke am Erbischen Tor? Wir wollen heute etwas berichten über den Säurebasehaushalt und Ostern. Jetzt werden Sie sich fragen, was hat denn Säurebasehaushalt mit Ostern zu tun? Oh ja, sehr viel, denn der Säurebasehaushalt lebt und besteht und formuliert sich durch die Ernährung, durch das, was wir essen und was wir trinken und Ostern, an Ostern essen und trinken wir sehr viel, sehr feine Dinge, die für den Säurebasehaushalt nicht ganz so einfach sind. Wir befinden uns heute hier im hinteren Bereich der Apotheke, die normalerweise den Kunden nicht zugänglich ist, denn die Basensalze, die für die Säurebaseballons wichtig sind, von denen es ja verschiedene Fertigprodukte gibt, die können wir auch hier im Labor für Sie individuell mischen. Das heißt, wir müssten erst ein Gespräch führen über Ihre Ernährungsgewohnheiten und dann könnten wir ein individuelles Basensalz herstellen, das Sie dann über längere Zeit einnehmen könnten und das Ihnen hilft, gesund zu bleiben. Der Säurebasehaushalt ist ein wichtiger System in unserem Körper. Er befindet sich natürlich Säuren und Basen in allen Bereichen, in der Zelle, außerhalb der Zelle, im Gewebe, in den Knochen, in den Organen, eigentlich überall. Er gehört zu unserem Körper wie das Blut und die Lymphe. Durch die Ernährung, die wir zu uns nehmen, nehmen wir in erster Linie für den Körper Säuren und Basen auf. Denn die Lebensmittel werden verschieden aufgeschlossen. Ich habe Ihnen hier eine kleine Tabelle zusammengestellt, wie zum Beispiel Fleisch, Kaffee, Brötchen, Süßwaren verstoffwechselt werden. Unsere Ernährung sollte zu 80 Prozent aus basebildenden Nahrungsmitteln bestehen. Das ist also Obst, Gemüse, Vollkorn und zu 20 Prozent aus Eiweiß, Fleisch etc. Tatsache ist, dass unsere Ernährung genau umgekehrt ist. Wir essen 80 Prozent Fleisch, Kaffee, Brötchen, Weißmilch, Kuchen, wer es auch immer und nur zu 20 Prozent basenbildende Substanzen. Was macht der Körper nun mit den vielen Säurenverbindungen, die anfluten im Blut, im Körper, im Gewebe? Er hat zwei Möglichkeiten. Er muss in erster Linie das Blut in dem pH-Bereich von 7,3 bis 7,8 halten. Das ist für ihn zwingend erforderlich. Dafür hat er zum einen verschiedene Puffersysteme. Er kann also Natriumhydrogencarbonat. Damit kann er die Säure abpuffern. Oder er kann auch mit Mineralien und Spurenelementen die Säure abpuffern. Wenn er diese Mineralien, Spurenelemente und Natriumhydrogencarbonat nicht im Speisebrei findet, muss er sich das aus den Gelenken, aus den Knochen, aus dem Gewebe, Haare, Nägel, Zähnen, da muss er sich das herausnehmen und dann kommt es eben sehr leicht zum Mineralienmangel. Das heißt, Übersäuerung hat immer mit einer Mineralienunterversorgung zu tun, für die sie natürlich sorgen können, für die sie etwas tun können. Zum anderen hat der Körper im Magen Belegzellen, mit denen er tatsächlich selbst Base bilden kann. Doch da steckt auch eine Falle für ihn, denn der Körper kann selbst nur Basen bilden, also Natriumhydrogencarbonat, wenn er auch Säuren bildet. Wenn Sie ein leckeres Ostermenü gegessen haben, dann braucht Ihr Verdauungstrakt Basen. Viele Basen, denn Sie haben wahrscheinlich lecker und gut gegessen. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten für die Ostertage und ich würde Ihnen das als Empfehlung mit auf den Weg geben. Sie können entweder in den Ostertagen und auch jetzt schon vorher Basensalze zu sich nehmen. Das heißt immer im Laufe des Vormittags ein Basengetränk und im Laufe des Nachmittags ein Basengetränk, sodass der Körper schon mal Basen vorrätig hat, die er dann für die Säuren, die ankommen, verwerten kann. Eine gute Idee ist auch Mineralien, Mineralsalze und Spurenelemente zu sich zu nehmen. Da gibt es verschiedene Präparate, kann ich Ihnen einiges empfehlen. Die kann man dann auch während des Tages zu sich nehmen. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie, wenn Sie Sodbrennen haben oder wenn Sie jetzt wirklich sehr viel Säuren, also sehr viel Kaffee, sehr viel Alkohol getrunken haben, dann kann es auch leicht zu einem Durchfall kommen durch die viele Säure. Da können Sie dann natürlich akut was tun, nämlich dann können Sie entweder Heilerde, medizinische Kohle, also alles, mit dem Sie die Säuren abläschen können, können Sie einnehmen und sich dadurch Erleichterung verschaffen, Abhilfe verschaffen. Die Ostertage sind schöne Tage. Sie sitzen mit der Familie zusammen, Sie können genießen, Sie können die leckersten Sachen, Eier, Schokolade, man hat ja dann wirklich alles im Übermaß, denken Sie aber auch beim Genuss an Ihren Säure-Base-Haushalt und damit an Ihre Gesundheit. Sollten Sie noch mehr Informationen haben wollen zu Säure-Base, dann gibt es unheimlich viel zu sagen. Wie können Sie das feststellen? Wie können Sie Ihren Allgemeinzustand verbessern durch das Beachten des Säure-Base-Haushaltes? Dann kommen Sie doch zu uns in die Apotheke, entweder in Friedeburg oder am Erbischen Tor und lassen sich informieren. Wir sind Säure-Base-Spezialisten. Dadurch, dass ich auch ein Basensalz mit wieder auf den Markt gebracht habe, das war vom Markt verschwunden, das heißt Septilen, das können Sie sehr, sehr gut verwenden, dazu berate ich Sie gerne. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen schöne Ostertage. Genießen Sie die Freizeit. Genießen Sie das Leben. Ich wünsche Ihnen schönes Wetter, viel Sonne am Himmel und im Herzen. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.